Ja, herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play Together, mein Name ist Broken und ich spiele meinen T1 Heavy Tank. Aha. Ja. Der Flatrate meldet sich nicht, weil er ist eingeschüchtert von meinem Tier 5 Panzer. Eingeschüchtert? Wo bist du mit deiner Heavy Tank Dose da? Oh, da kannst du mich beschützen, Grimmelkuchen. Grimmelkuchen? Ich fahr jetzt einfach wo ich drüber mal freue. Ach, du hast geschossen? Quatsch. Ich fahr mit meinem ganz kleinen Dämmchen. Wie du kriegst du nicht mal Rammschaden, ey. Hallo. Ey, hier, ich bin Ami, ja? Ja? Komm, fahr vor. Bist mir nur den Arsch, ne? Hahahaha. Hahahaha. Guck dir das an, ey. Boah, fahren wir nicht so schnell, ich komm nicht neu. Ey, oh Gott, wenn ich muss... Oh, jetzt hängt da zu Rolls von der Alte. Ohne Scheiß, ey, ich muss hier so Gas gennen. Ich kann doch mal so eine Kette wegnehmen, aber das ist kein Problem. Hahahaha. 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 Ich muss mich auch eh nur laden. Hahahaha. 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 Ich steh gleich mit Gold reinkommen, nicht? Dann ist das egal, schaff. Hahahaha. Ah, so eine Goldmutter bist du. Komm, fahr! Du bist mein Schwutzschild. Hahahaha. 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 so jetzt machen wir anständig hier scheint mir so viel munition nur noch 55 schuss ich bin aufgespottet gewesen da hätte eine art hier rein rumpsen können wir haben sich verpiss ja ja aber vor allen dingen ich fahr den 10er der füffelig ein oh god der netter nach oben du gehst da nur fest hinter mir hin oder denkst du das umgeschrecken one shot von irgendeiner dachte mich kaputt wie ist das das war der t28 und ich wusste es Ich fähr's natürlich weiter links. Oh, wenn der mich sieht, der knallt mich weg. Hilf mir! Oh! Das Drecksau hat mich erwischt. Echt? Oh, die Adlerie schießt auch auf... Oh! Ja, was böse zu deinem Tier 10-Gott? Tier 10-Gott. Ne? Mit dem Glück ist das Team einigermaßen pfiffig, dass wir hier... Hä? Ja, ja. Hast du mich nicht beschützt? Noob-Platoon, schreibt da einer. Das ist bestimmt nicht wir gemeint, oder? Jetzt kannst du aber mit mir mal mitfahren. Du siehst mal, wie der Papa das macht. Ach Gott, ich bin schon kurz vorm Einschlafen. Die ganzen Leute schaffen hier und du machst nix. Lass das Chef mal vor. Wahrscheinlich kriege ich jetzt einen One-Shot, ey. Und wie so ein Munitionslager. Boom, weg. Ja, schon ein Prozent, habe ich da schon unabschossen. Nee, du weißt nicht, ja. Loll hat abgebaut, ist bei mir das sehr gut. Können wir denn jetzt... ...weck frühstücken? Ja, den Hasche. Ja, ihr 50. Ich mach mal ruhig hinten rein. Ist das doch so ein Bruch, oder? Das ist das. Hast du dich schammert, oder was? Komm, schaff mal was anstatt zu labern. Hier ist 7 Dollar, schaden sie mal. Da ist ja billig, das kann ja jeder. Genau. Aber ich steche einen Schild vor dir, damit ich den auch kriege, ne? Ja. Und zwei Kills, baby. In your face! Guck mal, ich hab bis jetzt nur deinen 38 Schaden hier. Ne? Ja. Aber das ist... Ne? Es kommt wieder irgendwie immer zurück. Ridiculous Nude Team. Ach, ist das schön, wenn sie wieder flame die Mobs. So, der GWT Show. Ich hoffe, der mümpelt mir jetzt da keinen rein. Oh, Gott. Wirkungstreffer, Mann! Ah, ha, ha, ha! Wirkungstreffer, Mann, App! Der IR7-Kack-Noob! Ey, der hätte ich schon mit meinem TN's Heavy Tank-Kälte zerlegt, hätte ich denn. Ja, ha, 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 ha! Jetzt macht er die Backengrüsse auf, ey! Verstehst? Der hat keine Chance gehabt, hätte er. Na ja, und für Kills hast du? Ja gut, ich bin hier auch von dir geblockt, Gen. Ja, genau! Ja, ich hab noch tausender Fragungspunkte, Grit, geht ja noch. Echt jetzt? Ja. Ja, geiles Noob-Platoon gewonnen, wa? Sehr schön! Das lade ich um jeden Fall hoch, dass du wieder abstaubst hier, wenn ich mit meinem kleinen Tank fahren muss. Genau, ey. Was fahren wir denn jetzt? Wir könnten Arty-Party machen. Erst sagen wir mal, tschüss, das wird eine kleine Folge. Nein! Doch! Ach, schlägt mir. Tschüss! Ha, 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 ich bin süßer Reden. Tschüss! Ja, ich bin süßer Reden. Ja, ich bin süßer Reden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020